Hallo Menschen, heute möchte ich den Intimidating Tibion Pile Tag ins Deutsche holen. Ich weiß nicht, ob das irgendjemand anders auch schon gemacht hat, aber ich fand es ganz interessant, so ein bisschen über die ungelesenen Bücher zu reden, weil sich das bei vielen von uns ja doch etwas ansammelt und dann geht es auch schon los. Nummer 1, welches Buch konntest du einfach nicht beenden? Ich habe da schon mal ein anderes hochgehalten, aber heute möchte ich über die alltägliche Physik des Unglücks von Marisha Pessel reden. Ich kam auch schon relativ weit rein, 250 Seiten las ich und mein Problem war, dass ich das Gefühl hatte, die Protagonistin und dadurch irgendwie auch ein bisschen die Autorin wollen hier irgendwie nur zeigen, wie viele literarische Verweise sie einbauen können, aber die Geschichte an sich hat mich wirklich nicht mitgerissen. Also ich hatte das Gefühl, es geht hier immer nur um literarischen Verweis und ein Zitat und ich kann das ja ganz toll verbinden, aber es hat mich nicht gepackt. Es wäre mir also sehr, sehr lieb, wenn einer von euch jetzt etwas sagen kann, wie nein, das ist großartig, da kommt noch etwas Wunderbares bei raus, denn das liegt schon ziemlich lange ungelesen bei mir herum, ist so eines dieser Bücher, bei denen ich mir denke, oh, du hast es schon mal probiert. Ich will es aber auch nicht weggeben, vor allem, weil es auch diese hübsche Ausgabe ist, ich weiß, sehr oberflächig, aber so richtig gepackt hat es mich nicht. Ich denke auch, das ist wirklich eines der Bücher, wenn ich es nochmal anfange und bis Seite 100 packt es mich wieder nicht, dann kommt es definitiv jetzt mal weg. Als zweites dann, welches Buch hast du noch nicht gelesen, weil du einfach nicht die Zeit dazu hattest? Im Prinzip trifft es auf alle meine Bücher zu, denn hätte ich die Zeit, hätte ich sie schon gelesen. Aber ich habe mich jetzt mal entschieden für Atonement von I.A. McEwan, denn das ist noch so neu, weil ich es mir erst im Urlaub gekauft habe. Also da kam ich einfach wirklich noch nicht dazu. Ich habe zwar einen Leseplan für den Juni so ein bisschen, aber da habe ich mich für das andere Buch entschieden, was ich ebenfalls in Schottland gekauft habe und deswegen kam ich einfach noch nicht zu dem. Aber irgendwie trifft es natürlich auf alle meine Bücher zu. Nächste Frage, welches Buch hast du noch nicht gelesen, weil es eine Fortsetzung ist? Und das trifft auf den Schwalbenturm zu. Das ist der vierte Teil der Hexereihe und ich besitze den dritten noch nicht, aber das hier ist ein Menge Hexerei. Ich dachte, ach komm, du willst die Reihe sowieso lesen, kannst du den vierten auch schon kaufen und müsste mich halt mal an den dritten erstmal machen. Als zweites dann, welches Buch hast du noch nicht gelesen, weil es brandneu ist? Und bei mir trifft es auf der Ort, an dem die Reise endet, von Yvonne Aliambou-Ovourour zu. Das war ein bisschen schade. Also es ist natürlich einerseits ganz, ganz toll, dass ich das als Leserexemplar über die Arbeit bekommen habe. Aber das Buch kam schon im März heraus und wir... Also es ist halt irgendwie ein bisschen zu spät, denn wir haben das Buch jetzt nicht mal mehr da. Natürlich könnte ich sagen, kauf das bitte ein. Das war ganz toll, aber es ist so ein bisschen der... Das Momentum ist etwas verloren. Also ich möchte es sehr, sehr gerne lesen, aber es ist jetzt nicht mehr so diese Ich muss es jetzt unbedingt lesen, weil es kommt ja nächste Woche raus. Ja, war ein bisschen schade, aber für mich ist es noch brandneu und ich freue mich schon drauf, denn ein bisschen mehr in andere Kulturen hineinschauen, das kann nicht schaden. Als nächstes dann, welches Buch hast du noch nicht gelesen, weil du ein anderes Buch vom selben Autor lasst, was dir nicht gefiel? Dafür habe ich keine wirkliche Antwort, denn alle Autoren, die jetzt noch ungelesen bei mir herumliegen, kenne ich entweder noch gar nicht oder ich las etwas, was ich eben gut oder zumindest okay fand. Was der Frage so am nächsten kommt, ist vielleicht diese Biografie über Lewis Carroll, denn es ist in derselben Ausgabe entschieden, äh erschienen, wie die von Antoine de Soix-Supéry, die ich halt überhaupt nicht mochte, aber es ist ein anderer Autor. Trotzdem habe ich aktuell so nicht so das Bedürfnis, ich dachte mir, oh Gott, damit hast du jetzt keine guten Erfahrungen, gemacht, lässt es erstmal ruhen, obwohl es natürlich ein ganz anderer Schreibstil vermutlich sein wird. Ja, aber eine andere Antwort... Aber eine andere Antwort habe ich leider gerade nicht. Sechstes dann. Welches Buch hast du nicht gelesen, weil du einfach nicht in der Stimmung dafür warst? Und dafür habe ich eine seltsame Antwort für mich zumindest, es ist der Archipel Gulag. und ich glaube, das wird eines der Bücher, die ich liebe. Es spricht eigentlich alle meine Vorlieben an. Es sollte mir gefallen und jedes Mal, wenn ich vor meinem Regal stehe und überlege, was ich als nächstes lese, denke ich mir na, das kann ich nicht. Und ich kann es mir selber gar nicht so richtig erklären. Ich meine, ich mag ja doch auch ernste Bücher. Ich meine, gut, es ist etwas dicker, aber irgendwie nachdem ich Krieg und Frieden gelesen habe, sollte ich auch das jetzt schaffen. Ich kann es mir selber nicht so richtig erklären, aber irgendwann wird es auf jeden Fall drankommen, dass ich glaube, dass es so ein wichtiges, ein tiefes Buch sein wird, was mich eventuell auch verändern wird oder was zumindest sehr, sehr nahe gehen wird. Also, irgendwann. Nächste Frage. Welches Buch hast du gerade fallen gelassen? Das war dieses hier. Und es passt zu der Frage hier. Welches Buch hast du einfach noch nicht gelesen, weil es riesig, lang, dick ist? Und das ist der Mann ohne Eigenschaften bei mir. Auch hier muss ich sagen, Krieg und Frieden ist jetzt immer so mein Fixpunkt. Es sind jetzt tausend Seiten. Und das Schriftbild ist definitiv so angeordnet, dass das mehr ist, als in meiner Ausgabe für Krieg und Frieden. Aber es ist halt wirklich schon viel. Und dadurch, dass ich halt von Rotemus hier was anderes las, was mich jetzt nicht direkt mitgerissen hat, kommt halt hier immer so ein bisschen die Angst auf tausend Seiten, die sich eher so ein bisschen ziehend. Das könnte schwierig, anstrengend, vielleicht auch langweilig sein. Mal schauen. Aber ich habe schon immer so als diesen Namen im Hinterkopf, den ich ganz gerne mal gelesen haben möchte. Also, ich finde halt auch so die Prämisse, die Idee dieses Buches schon interessant. Also, ich glaube, irgendwann kommt es schon dran. Aber wir reden ja hier über den Intimidating TBR-Pile und kann also noch ein Stück dauern, vielleicht. Vorletzte Frage dann. Welches Buch hast du noch nicht gelesen, weil es ein Coverkauf war, sagt man so auf Deutsch, also ein schönes Cover hatte, aber wie sich nun herausstellte, hat es schlechte Rezensionen bekommen? Dafür habe ich leider wirklich gar keine Antwort. Ich habe jetzt eine Weile überlegt, habe geguckt, aber nicht mal habe ich besonders schöne Cover in meinen ungelesenen Büchern und ich habe auch definitiv kein Buch nur wegen des Covers gekauft. Habe ich leider keine Antwort. Kommen wir dazu zur letzten. Was ist das einschüchternste Buch auf deinem Stapel ungelesener Bücher? Und so ganz klischeehaft vielleicht ist das Ulysses von James Joyce. Ich las, glaube ich, mal cholerreiche zwei Seiten hinein. Dann hat mich die Lust auch schon kurz verlassen. Also, ich glaube nicht mal, dass das so das furchtbarste Buch jemals in der ganzen Menschheitsgeschichte ist, aber da ist die Lust doch etwas zurückgegangen. Also, da muss ich mich wirklich mal hinsetzen, wenn ich eine Herausforderung möchte. Also, wenn ich so in meinem normalen Lesefluss bin und selbst auch gerne ein tiefgehendes Buch möchte, ich glaube, dafür ist es nichts, sondern das ist eine Aufgabe, da muss man sich mal heransetzen. Gerne auch zu zweit, falls irgendjemand mal Lust hat. Aber das hat schon dafür gesorgt, dass ich nach zwei Seiten mir erst mal dachte, nee, so normal lesen ist da, glaube ich, nicht drin. Und das waren alle Fragen und ich möchte diesmal, weil mich das wirklich interessiert, was Leute so für ungelesene Bücher herumliegen haben, mehrere Leute taggen. Ich habe sie mir aufgeschrieben, denn mein Hirn ist ein Sieb. Es sind teilweise Leute dabei, die sehr selten Tags machen oder gar nicht und welche, die schon länger keine Videos mehr hochgeladen haben. Aber ich dachte, falls wir es mitkriegen, wäre das vielleicht eine schöne Idee, mal wieder so in das Video-Train reinzukommen. Also, falls ihr möchtet, wenn nicht, fühlt euch natürlich nicht gezwungen. Also, ich möchte taggen. Buchgeschichten, Lotte von Lottekinds Bücher, Literaturcocktail, Miss Book Passion, Oh Why So Sad, Alles allerlei und Steffis Leseleben. Von euch interessiert mich das sehr, eigentlich auch von allen anderen. Also, falls ihr möchtet, bitte gerne, fühlt euch auch von mir getaggt. Ich finde es eigentlich einen interessanten Tag, dass man sich auch mal so ein bisschen bewusst macht, was liegt denn da so rum und was ignoriert man denn die ganze Zeit. Und ja, dann danke ich euch heute fürs Zuschauen. Ich freue mich, wenn ihr etwas zu den Büchern zu sagen habt, vor allem sowas wie Lieses, Lieses, denn das sind ja doch die Bücher, die so ein bisschen herumliegen. Und ansonsten hoffe ich, wir sehen uns das nächste Mal. Macht's gut!